Hallo und herzlich willkommen hier Leute, kommt Fortnite-Belgoyage-Shop-Video. Willkommen mal rein, was heute neues gibt. Neues gibt heute nichts neues, aber es gibt hier seltene Dinge. So, dann fangen wir mal an. Wir haben mal das Paket wieder zurück. Naja, nichts Besonderes, liebe Freunde. So. So. Okay, dann komm mal mal, ach mal guck, ach, sag nicht, wo ist Gag hier, liebe Freunde. Wo ist Gag hier, wo ist Gag im Oog, ich rufe gar gegen einen im Oog. Jetzt nehm ich mir ja seltene. Gag ist Gag. Genau, Gag ist Gag im Oog. Gag im Oog, Gag war cooles vor 254 Tage in... Ne, Gag war es nicht. Gag hat mich verkarren, Gag war er nicht. Gag. Gag war cooles vor 254 Tage im Shop gewesen. Mega selten Gag im Oog. 254 Tage war cooles im Shop. Jetzt ist er wieder cooles. So, dann kommen wir mal an die nächsten Welten und gingen, liebe Freunde. Gleich, wo gehe ich mal an. Hier ging jetzt auch mal Gag im Shop ruhig, nichts Besonderes. Ja, ist nichts Besonderes. Brauchen wir alles nicht. So, das ist auch nichts Besonderes. So, wo war er genau unten? Jetzt kommen wir ja seltene Ginger. Fangen wir mal die nette Garme an. Hier war cooles vor 105 Tage im Shop gewesen. Jetzt ist er wieder da. Packbar verschiedene Varianten. War cooles vor 105 Tage im Shop gewesen. Und jetzt ist er wieder kurz. So, kommen wir mal an den nächsten Charakter. Givalesque war cooles im Shop gewesen. Vor 90 Tage war ich cooles im Shop gewesen. Naja, weiter G ist kurz nächsten Charakter. Er war cooles im Shop gewesen. Vor 209 Tage. Also war mega selten gewesen. 209 Tage ist kurz bisschen selten. So, gehen wir mal an den nächsten Charakter. Der war cooles vor gar 100 Tage im Shop. Also er war wieder mal mega selten. Jetzt ist er wieder da. Und ja, die war vorhin. Da ist er wieder. Dann haben wir noch die Bisskarte. War die auch selten oder nicht? Ne, die Bisskarte war auch selten. Die Bisskarte war gelesst vor 154 Tage im Shop. Jetzt ist er auch wieder da. So. Seltene ging er immer durch wie er auch gibt. Ja, immer durch. So. Dann haben wir hier neu bekommen. Eine Ikage vor kaum wie war. Ist neu im Shop die Ikage. Doch was neu ist heute im Shop. Wunger mich. Aber nur ein Ikage halt. So. Gingemok haben wir mal eben. Und der ist selten. Das habe ich eben gesagt. So. Gehen wir mal weiter. Da unten ist gar noch einfach. Besonderes. Oder wartet alles. So. Gucken wir mal. Ne. Das ist nicht besonderes. War ich ja gar. So. Und bevor ihr weg macht. Mit dem Shop Video. Wieder mit dem Fortnite. Wer über der Shop Video. Lacht ein Abo gar. Vergesst nicht. Wieder guckt FVM ein. Gehen. Und dann. Wo ich gerne. Danke. Für die Zukunft. Und dann. Bis zum nächsten Mal. Liebe. Fortnite. Beide. Freunde.